Hallo und herzlich Willkommen bei Micky´s und Melory´s Film-Universum das klang jetzt voll motiviert ebenso ja hallo wir sind zurück und so und überhaupt außer Sommerpause auf unserem Lacktisch Float Tube Style würde ich sagen wir beginnen das Video einfach mal genauso wie das andere Video begonnen haben ein Gruß an Float Tube an dieser Stelle könnte man hier mal grüßen wir haben dein Video gesehen herzlichen Glückwunsch zu Doomsday wir haben jetzt nicht kommentiert ich hoffe er sieht den zweiten Teil auch noch denn du hast es jetzt gehört ansonsten 30 Euro ist gutes Angebot würde ich sagen also das schmeckt ihnen auf jeden Fall habe ich auch bezahlt damals kann man schlimmer bekommen aber es ist halt selten mittlerweile und da ist 30 Euro wirklich geil eine gewisse Firma die dieses Mediabook verkauft hat es nicht billiger umstand das ist ja sogar teurer so wir waren stehen geblieben beim Update für unseren Urlaub es wird ja noch ein Update geben fällt mal rein also eventuell gibt es ein Update wenn wir was kaufen wir machen weiter ohne große Umschweife du fängst am besten an mit dem Update und zwar für drei Euro mitgenommen Cosmopolis auf Blu-Ray ja ich habe vor die Cronenberg Filme zu sammeln wenn es sie auf Blu-Ray gibt dann kann man sie auch auf Blu-Ray sammeln äh Film noch nicht gesehen soll gar nicht so scheiße sein auch wenn Robert Pattinson mitspielt ja mitgenommen weil billig und billiger kriegt die Blu-Ray wahrscheinlich nicht mehr ja es sei denn jetzt kommt der SA bei uns liegt so viel 2 rum dann ist das halt so ja apropos 2 Euro ich nehme noch gleich mal spontan dieses Ding ähm ich habe nämlich eine Blu-Ray für 2 Euro gekauft äh im Saturn Cosmopolis Cosmopolis im Saturn am Alexanderplatz da gibt es ja so eine für die die sich auskennen so eine kleine Grappelkiste an der Info also so ein kleines es ist wirklich Kistchen ne also klein ähm wo sie halt so Film reinstellen die sie anscheinend los werden wollen und der war damit bei äh für 2 Euro ähm Steffi und Saskia haben sich den kurz davor gekauft und weshalb mir das Cover bekannt vorkam und ich dachte so ah da ist ja dieser Film den ich ja schon bei denen gesehen habe und äh da wir sehr ähnliche Geschmäcker haben habe ich mir den mal genauer angeguckt durchgelesen was es geht äh ist ein Kriegsfilm ähm und äh schuld daran warum ich den auch zugegriffen habe waren nicht nur die 2 Euro sondern auch dass da der gute Tom Felton ähm alias ähm ähm äh Draco Malfoy aus Harry Potter ähm mitspielt und äh ich äh ich sammle ja so ein bisschen die Filme von den Harry Potter Darstellern das klingt jetzt total bescheuert also von den Kindern ähm ähm also ich habe ja schon von Danny Redcliffe einige auch äh Rupert Grint ähm Emma Watson gar nicht so viele obwohl ich glaube sie sogar mehr gemacht hat als die anderen teilweise ne oh ja ähm ähm aber von den Jungs sammle ich sie zumindest relativ intensiv wenn ich einen kriege und das ist übrigens Gangs for Sun ich sollte mal reinhalten um was es geht ne äh Kriegsfilm halt ne äh irgendwie äh Kriegs in der USA 1942 und ähm ähm ich guck mal kurz ob ich herausfinde was sie was sie sind auf jeden Fall auf dem U-Boot sind sie das ist ein Süd Torpedobomber U-Boot wie nennt man das Marine ne Pfff auf jeden Fall äh geht da irgendwo was kaputt und dann ähm äh stranden sie quasi mitten auf dem Ozean von der Navy von der Navy ähm ähm äh 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 irgendwie auf dem Ozean und dann müssen sie da überleben so äh 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 also quasi so wie der Rupert Grint Film wie hieß der denn eigentlich ich hab ja vergessen wie der heißt jetzt verdammt das ist natürlich ein doofes Ding Into the White so wie der Rupert Grint Film Into the White ähm äh 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 ist äh äh der der im Winter in einer Alm spielt sag ich jetzt mal äh 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 ist das denn die Vorsetzung ist das jetzt hier quasi ähm ähm äh das Gegenteil wasser und äh äh Witze wahrscheinlich also sieht zumindest heiß aus hier hinten ist die Fortsetzung genau äh Entschuldigung Entschuldigung Into the White against the Sun äh äh wurde von 15,99 Euro auf 2 Euro reduziert kann man auch nicht liegen lassen oder was mir fällt übrigens gerade auf ich habe ja auch eine 2 euro blu-ray reduziert von 15 euro und kann sich die bilder an und weiß mal warum die sich 15 nicht verkauft hat obwohl der film ganz gute bewertung hat habe noch nie was davon gehört mit genauer hin und trotzdem und zwar der phone ein asiatischer psycho horror thriller und hier steht psycho thriller irgendeine reporterin deckt ein kindersexskandal auf krieg hat ein stalker kriegt hohes drohungen via e mail und telefon lässt sich daraufhin eine neue handynummer zuweisen und findet dann aber raus weil sie komische anrufe da kriegt dass alle vorbesitzer der telefonnummer 6 6 4 4 auf unnatürliche weise das zeitliche gesehen hat haben und ja der war bei der auf dem mega ist so schlecht bewertet ich habe ihn einfach mitgenommen weil ich auf asiatische filme total abfahre und für zwei euro eine blu-ray ich meine ich kann mir gesagt wenn man die bilder anguckt dafür wollten die mal 15 euro haben aber ganz ehrlich das sieht nicht nach einem 15 euro film aus also nicht nach einem film wo man sagt 15 euro geil nehm ich ja der film könnte gut werden könnte scheiße werden könnte gar nichts werden zu not 2 euro hat mir weh getan verkaufen wir 2 euro für eine blu-ray kriegst du immer noch wir kennen ja jetzt einen flohmarkt händler der für blu-rays 2 euro zahlt kriegen wir wieder verkauft muss das natürlich noch mal reden ja ja musste ich wieso was denn ich ärgere mich darüber ein bisschen worüber ja ich mich auch wollen wir es erwähnen jetzt mal weiter hier kann aber nicht nicht erwähnen das geht nicht jetzt macht ihr weiter ich mach weiter hier against the sun sieht man den finger ach hier muss ich auch hin oder da muss mein finger hin ich hau hier rauf oder was ist denn hier los against the sun gleiche krabbelkiste gleicher preis 2 euro auch ein kriegsfilm brüder feinde aber ein blöder titel ja kein uns dazwischen einfach nur brüder feinde Er spielt in Estland, im besetzten Estland anscheinend und anscheinend werden da beide Seiten so ein bisschen thematisiert. Zumindest geht es laut hier hinten um zwei Leute und Karl, der bei der Waffen-SS arbeitet und Juri, der Offizier in der Roten Armee ist. Und dann irgendwie ein Drama. Ganz ehrlich gefühlt, jetzt wo so ganz Deutschland und die westlichen Staaten abgegrast haben, jetzt kommen sie mit denen Kriegsfilme aus dem Ostenblock, ne? Ja, mal gucken, ist auf jeden Fall, ja, mal schauen. Hatte auch ganz gute Kritiken, 1944, ach genau, 1944 spielt das, ich wollte gerade mal gucken, welche Zeitraum das ist. Mal schauen, ob der gut ist, ich kann nichts dazu sagen, deswegen will ich da auch gar nicht lange drin festhalten. Aber zwei Euro habe ich einfach mal mitgenommen, also zum Rechen, zum anderen Film auch. Ja, äh, am Sam'selmediamarkt mitgenommen wie The Phone, eine DVD für 5,99 Euro in einer Limited Edition und ich dachte mir, oh, geil, 5,99 Euro. Ähm, wenn Mission Impossible und Ocean's Eleven einen bombastischen, lustigen, cleveren, fetter hätten, könnte es Don sein. Der zweite Teil allerdings schon, den ersten habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht muss man den noch nicht sehen. Es gibt mehrere Gründe, diesen Film zu kaufen. Zum einen Bollywood, zum anderen spielt Florian Lukas mit und zum dritten spielt er in Berlin, zum Teil. Und da haben sie auch tatsächlich gedreht, wie man hier sieht, da Brandenburger Tor, ne? Also mindestens eine Szene in Berlin haben sie gedreht. Ich glaube ich nicht den Brandenburger, ach doch, da, okay. Ja, das ist von einem Greenscreen wahrscheinlich passiert. Das Ding ist, ne, der geht nur knapp zwei Stunden, ein bisschen länger als zwei Stunden, also völlig untypisch für so einen Bollywood-Film, der normalerweise drei bis vier Stunden... Hier haben wir, äh, Charrocan, wer kennt ihn nicht? Ähm, glaube ich, so der größte Schauspieler Indians, den es gibt. Ähm, er spielt halt so einen Drogenboss, eigentlich eine untypische Rolle für ihn. Das ist ja immer so ein bösen Spiel. Ähm, der hat halt keine Ahnung, worum es geht, und mit Drogenboss und so, und das kommt hier nicht raus. Ich weiß, das war hier scheiße rauszukriegen, die DVD. Ja, deswegen habe ich ja meine auch so schnell rausbekommen. Ja, aber die ist scheiße, die erste. Das ist richtig. So, ja, äh, hier noch mit, äh, Heftchen. Mit Werbung. Außer für den ersten Donnenfilm, lustigerweise. Der ist hier nicht drin. Bekloppt, ne? Aber, äh, als du den gekauft hast, wusste ich ja noch nicht, dass es der zweite rauskommt. Nö, der hat uns aber gefragt, ne? So, dieses, ist das jetzt eigentlich der zweite, weil, äh, The King is Back? Mhm. Und, äh, ja, es ist der zweite, und wenn man sieht, dass es Rapid Eye Movies rausbringt, dann wundert es einen auch nicht, dass ein Bollywood-Film in halt dieser Nippon Classics Blu-Ray Editions rausgekommen ist. Ja, ich freu mich drauf. Ich bin ja nicht so wirklich für Bollywood, nur, den kannst du alleine gucken mal. Bollywood mit Action gepaart, das kann ganz gut werden. Singen sie dabei trotzdem? Das weiß ich nicht. Weil wenn, dann will ich's gar nicht sehen. Das kann ich dir nicht sagen, aber auf der Bonus-DVD ist ein Bonus-Song drauf, also singen sie wahrscheinlich auch. Aber ich stelle mir das sehr lustig vor, wenn ein Florian Lukas durchs Bild tanzt. Wer ist Florian Lukas eigentlich? Mann, der Typ aus Goodbye Lenin, der Fernsehtag, der, der Wessi, der eigentlich Nossi ist, in einem echten Leben. Ja, der... Den kennt man doch, Mann. Ja, Mann, wohl, aber... Florian Lukas, ey. Verdammt. Der nächste Film, den haben wir schon. Runtergerechnet haben wir den schon. Er stand aber trotzdem schon sehr lange, sogar auf meiner Wunschliste, ihn nochmal zu kaufen quasi. Und ich habe, das ist einer von denen quasi, der wirklich auf der Liste stand, wo ich mich freue, dass ich den bekommen habe. Leider nicht für den unschlagbaren Preis, den ich gern mir gewünscht hätte. Leider nicht mit... Also sagen wir mal so, 30 Cent zu teuer. Ja, weil 6,60 Euro ist so für mich, oder 66, diese 3 für 20 Aktion, ist immer für mich so dieses Limit. Ist bescheuert, ich weiß. Aber für 6,90 Euro ohne Wendekover, ja, das Ding hat kein Wendekover. Willst du nochmal so Salz in die Wunde und so und reindrücken? Ja. Hat kein Wendekover. Es gibt eine Auflage mit Wendekover. Da ist dann auch ein Digi-Copy-Code drinne. Aber letztendlich habe ich den Film schon in einer richtig geilen Edition, in einem Steelbook. Und wenn, werde ich eher das Steelbook präsentieren als diesen Film hier. Also ich meine, diese Aufmachung hier. Ich rede übrigens... So, jetzt habe ich wieder ein Geheimnis drum gemacht. Ich rede über... X-Men, und zwar den Rogue-Code. Ja, wir, wie gesagt, den X-Men Zukunft ist Vergangenheit, haben wir ja schon als Digi-Book hier rumstehen, dieses... Was jeder hat. Also das Deutsche. Was jeder hat. So, ne? Aber da war ja der Rogue-Code leider nicht drinne. Eine dumme Veröffentlichungspolitik, finde ich, persönlich. Das wurde etwas später veröffentlicht. Ja, der Rogue-Code ist das erste Mal, dass der Rogue-Code hier in 3D gekommen ist. Ja. Das ist die reinste Frechheit. Frechheit. Wir haben das schon mal gesehen, weil wir hatten das mal ausgeliehen aus dem Love-Film. Und das ist echt... Also am Anfang hängt man sich so, ja, wo ist jetzt hier bitte das Neue? Aber ich fand das echt gut gemacht. Aber, ja, wirklich. Also ich kriege nicht mehr die Unterschiede hin. Weil, genau, jeder meinte ja, es ist ein anderer Film. Und irgendwie nach einer Stunde oder über einer Stunde dachten wir uns ja, wo ist denn das jetzt mit einem anderen Film? Ja, das ist immer noch das Gleiche. Es beginnt erst ein bisschen später. Das Ende ist auch gleich. Also der Ende hat sich auch nicht mehr, aber dazwischen... Aber das ist... Ich kriege die Unterschiede nicht mehr zusammen. Aber selbst wenn, würde ich es euch jetzt hier an dieser Stelle nicht erzählen wollen. Aber ich weiß, es war auf jeden Fall eine interessante Neuinterpretation, wenn man so will. Und deswegen musste ich mir den auch noch kaufen, zur Vollständigkeit, zur Vollständigkeit selber, zur Komplizierung, würde ich eigentlich sagen. Und ja, leider, wie gesagt, ohne Wendekover. Aber egal, wird eh nicht präsentiert. Wird in das Regal geschoben und der Spine hat leider, oder hat Gott sei Dank, keine FSK-Flatschen. Da wären wir jetzt ja noch weiter. Ey, überlegt mal, ich komme mal auf die Idee und mache auf den Spine FSK-Flatschen. Damit man gleich im Regal sehen kann, oh, das ist nichts für mein Kind. Das geht ja nicht, der ist ja zu klein, da muss er groß drauf sein, damit sofort die Eltern wissen, ist nichts. Das ist nichts. Oder hier, da werden meine Kinder endlich mal auch nichts. Das sind nur die Briten hier, die BBC hat auch hier die Zeichen herauf. Aber ganz ehrlich, ihr könnt eher mit dem Zeichen klein hier leben, als hier in groß. Man, muss ich auch nicht haben. So, auch für drei Euro mitkommen, hattest du das sagen. Und warum ich das denn gekauft habe, weiß ich gar nicht. Weil ich es gut abgeschoben habe. Aber es ist, klingt ganz lustig, und zwar The Beatles' A Hard Day's Night. Quasi, der Beatles-Film. Der erste, lustigerweise steht hier sogar, der erste Abendfilm des Spielfilms. Abendfilm, ja. Naja, fast 90 Minuten, ne. Ja, Beatles sind auf dem Weg zum Konzert nach London, verlieren Ringo Starr und erleben eine wilde Nacht in London. In London der Swinging Sixties. Ja, mal gucken, was das wird. Aber Beatles, warum nicht? Kult. Habe ich nie wirklich groß gehört, aber wenn ich die Musik höre, höre ich sie gerne. Das klingt bescheuert, aber wenn man sie mal wirklich irgendwo hört, ist es nichts, wo man wegschaltet, finde ich jetzt persönlich. Ich habe aber selber keine CD, das wollte ich jetzt damit sagen. Wobei, müsste ich mir eigentlich vielleicht schon nochmal nachholen. So ein kleines Best-of. Wäre schon mal drinnen, ne? Für die CD-Sammlung. Doch, doch, die CD-Sammlung. Es gibt ja genug Alben. Es gibt genug Alben, aber irgendwie zum Best-of. Aber gar nicht so viele, wie man denkt. Trotzdem, aber gefühlt auf jedem Album zehn Hits. Fünf Songs, aber zehn davon sind Hits. So gefühlt. Gebietet sind die einzigen, glaube ich, die mal geschafft haben, von Platz 1 bis Platz 10 der Charts zu belegen. Oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas hatten die mal. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich es so sah. Die haben es irgendwie hingekriegt, gleichzeitig mit mehreren Liedern hintereinander weg, glaube ich, in den Top Ten zu sein. Ja. Die Beatles. Das ist verrückt, ne? Ich mache weiter mit einem weiteren John Cusack-Film, den ich auch schon habe. Den habe ich abgegradet. Auf Blu-ray. So macht es auch keinen Sinn, ne? Mit dabei auch noch Julia Roberts, Billy Crystal und Kevin Cedar Jones, America's Sweetheart. Ich finde, ein richtig großartiger, komplett lustiger Film für mich. Also meine Humornerven greift es an. Im Positiven. Also es zerstört sie nicht. Es bringt mich zum Lachen. Ne, ich erzähl dich. Es geht zum Weinen. Also ich finde, Hollywood, also es ist so eine Hollywood-Verarsche, so dieses, will ich sagen, eine Abrechnung mit Hollywood. Aber sie werden nicht gerade, also man kann sie nicht unbedingt ernst nehmen, die Hollywood-Stars. Zumindest nicht nach diesem Film. Es ist nicht ganz richtig. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Es geht halt um eine Premiere von einem neuen Film von dem Superpaar, Kevin Cedar Jones und John Cusack. Ich weiß nicht, wie die im Film heißen. Die eigentlich sich total verkracht haben, gar nicht mehr zusammenleben und das wissen alle alle. Aber die feiern quasi ihr Comeback mit dem super-duper-neuen Film aus irgendwelchen raren Archivmaterialien, den keiner kennt und überhaupt. Dann müssen sie halt da ein paar Tage zusammenleben bei dieser Premiere. Und das ist halt immer geil. Also ich finde es lustig. Und ich habe es wahrscheinlich total furchtbar zusammengefasst, aber es tut mir jetzt leid. Eine Empfehlung. Empfehlung? So? So? Empfehlung. Empfehlung. Ja. Auch zusammen mit The Phone und A Hard Day's Night kam dieser Film in die Sammlung und mir statt auf keinen, dass das Wendecover unterschiedlich ist zu dem Nicht-Wendecover. Und zwar auch für zwei Euro mitgenommenen Shadow, äh Schattenkrieger, der Shadow Cabal. Irgendso ein Fantasy-Gedöns, der gar nicht so scheiße bewertet ist, wie er aussieht. Und wenn wir jetzt mal drauf achten, hier auf dem Wendecover steht dieser Heini hier an der Ecke. Aber auf dem Nicht-Wendecover, da wäre ja eigentlich da der Flatschen. Der ist da ja auch. Da ist der Heini. Ne, misch da drüben. Und die haben den quasi, ne, also da ist er da, da ist er da. Finde ich lustig. Ne, also hier. Die haben den quasi per Photoshop. So, witzig, ne. So gut, dass sie ihn nicht einfach überdecken. Ja. Dass sie ihm den Respekt geben. Genau, geht hier irgendwie darum, zu verhindern, dass irgendwie der Herr der Toten wieder geweckt wird. Und, ja, auch so ein Sondernamen mit das Ding. Wär es eine DVD, würde sie einen Computer packen und nebenbei zocken wahrscheinlich. Aber ich kann ja auch so nebenbei zocken, kein Computer zocken. Ich gehe auch. Ja, ja, ich mache jetzt einfach mal so einen Schnelldurchlauf von sechs Filmen, die ich gekauft habe. Also jetzt geht es mal ein bisschen schneller, aber ich kann zu den einzelnen Filmen teilweise nicht so viel sagen. Ja, Schande war überhaupt mein Haupt, ich kann nicht so wirklich viel zu sagen. Aber es war eine Empfehlung von Steffi und Saskia. Wir waren nämlich auch auf dem Flohmarkt zusammen und da hielten sie mir diese Filme in der Hand vor die Augen und meinten, oh hier, die sammeln wir, die sind, gut, wobei ich glaube, sie haben noch nicht mal alle gesehen. Aber sie haben zumindest einen Teil davon empfohlen. Und da, mach, das Beste, was ein Unternehmen machen kann, um Sammler zu ärgern, sie hauen Nummern drauf. Und ja, die haben es auch geschafft und haben Nummern draufgehauen. Und wenn man sich dann einen Film kauft, muss man auch noch die anderen Filme kaufen, weil sonst steht da im Regal die Nummer drei. Und das ist ja scheiße. Oder vier. Ich glaube, die haben sogar, ne, die vier haben sie mir empfohlen. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Mit der Nummer eins haben wir aus der After Dark Originals übrigens, Husk. So, wie gesagt, an sich kann ich nicht viel dazu sagen, aber die Cover sehen schon mal geil aus. Dann haben wir Fertile Ground, das ist die Nummer drei. Dann haben wir hier noch, das war eine Empfehlung, irgendwie mit Zwillingen und so. Ja, ja, das sind sogar echte Zwillinge. Ja, also, das sieht schon auch sehr geil aus. Das lief vor ein paar Wochen auf Tele 5. Und die Nummer vier, Second Apart. Also ich finde, die Cover sehen auf jeden Fall sehr interessant aus. Allein dieses Cover mit den Zwillingen finde ich schon mega gruselig. Ja. Und dann die Nummer fünf. Ich würde euch ja wenigstens gerne sagen, um was es grob geht, aber das kann ich euch teilweise auch nicht sagen. Wie gesagt, außerirdisch halt abgehauen oder so. Ja, irgendwie außerirdisch auf jeden Fall, ne? Ja, ja, ja. Könnte sein, könnte sein. Militärbasis auf jeden Fall 51. Na ja, Area 55, wie heißt das? 51. 51, ja. Es ist wahrscheinlich angelehnt, ne? Nein. In Area 51 ist... Also der Film heißt nur 51. In Area 51 ist doch Brent Spiner und Bill Pullman und bekämpfen die Eichens aus dem Blödenraumschiff. Übrigens, Nummer fünf, ne? Falls ich es nicht erwähnt habe. Und dann, und das finde ich echt super ätzend bei dieser Firma, so geil es ist, gibt es auch noch Filme, die ebenfalls in dieser Reihe drin sind, aber in der Zweitauflage oder in der Erstauflage oder was auch immer für eine Auflage, gibt es keine Nummern. Also, wir hatten da... Und es gibt nur acht Filme. Wir haben verschiedene... acht Filme, genau. Und die nächsten zwei haben leider keine Nummer ans Bein. Das wäre Apprawl und Scream of a... Banshee. Denke ich mal, so wird es ausgesprochen. Die hätten eigentlich hier auch noch Nummern dran. Ich glaube, Prawl wäre sogar die Nummer zwei. Und Scream of a Banshee wäre, glaube ich, die sieben oder acht. Die waren alle übrigens original eingeschweißt. Für drei Euro auf dem Flugmarkt. Deswegen habe ich auch zugeschlagen, einfach mal, ne? Ohne, dass ich jetzt groß wusste, um was es geht. Ich habe mir wirklich auch teilweise gar nicht groß durchgelesen, um was es geht. Oh, Nummer! Das war wirklich so dieses... Okay, sie empfehlen es mir. Sie haben einfach den gleichen Geschmack wie wir. Hat eine Nummer. Da sind wir sehr oft doch einer Meinung bei den Filmen. Und es hat eine Nummer. Es ist mit drei Euro original eingeschweißt. Auch noch super billig. Also nimmst du mit. Also genau, Prawl ist die Nummer zwei, wenn die Reihenfolge hier so stimmt. Und von denen, die ich habe, da passt es auch mit der Reihenfolge. Prawl ist sie zwei und Scream of a Banshee ist wirklich die sieben. Also ich bin ja fast ein Genie hier, ne? Wenn das hier... Ja, kommt, da steht ja auch sogar ganz klein drauf. Sieben. Hier, auf dem Spine. Aber wirklich diese... Ihr müsst da aufpassen, wer auch interessiert ist an dieser Firma. Oder der Reihe. After Dark Originals ist ja nicht die Firma. Senator hast du rausgebracht, ne? Das ist ja nur die Reihe. Mir fehlen also nur noch zwei. Mir fehlen noch zwei, aber im Prinzip vier, weil nicht alle haben sie Nummer. Also eigentlich brauche ich nur die Cover. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ihr müsst da aufpassen beim Kauf. Ist mir auch aufgefallen. Ich habe die ja so alle gehalten. Und einige hatten halt ein Wendecover. Andere hatten kein Wendecover. Und... Also die gleichen Filme wohlgemerkt, ne? Also die gleichen Filme. Also ich glaube, der hier war dabei mit Wendecover, ohne Wendecover. Und wahrscheinlich gibt es den auch noch mit Wendecover und Nummer. Also ich würde behaupten, einige Filme gibt es davon echt in drei Auflagen. Das ist das Schlimme, ey. Das ist das Schlimme. Und da muss man echt aufpassen. Warum die nicht einfach eine Pflicht, Wendecover und Nummer? Vor allem die Nummer ist halt nervig. Warum bringen sie überhaupt da irgendwie... Also vor allem dieser Aufdruck war auf allen, ne? Also auch da, wo keine Nummer drauf ist. Seht ihr ja hier. Hier ist keine Nummer drauf und trotzdem... Ah, so dark. Jetzt muss man natürlich jetzt überlegen für sich, was macht jetzt mehr Sinn? Kaufe ich mir die einfach von Grund auf ohne Nummer. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Aber gut. Ja, wie gesagt, für drei Euro tut es nicht weh. Und das sind so Filme, die mich alle doch angesprochen haben. Sowohl vom Cover als auch von den Ausschnitten auf der Rückseite. Und auch von denen, wo ich angelesen habe, auch von ihm halt. Ja. Jeder kauft ja seine... Ich muss mich ja nicht recht verlegen. Aber jeder kauft ja seine Filme aus bestimmten Gründen. Und da bei mir war das halt der. Und auch für drei Euro auf dem Flohmarkt gefunden. Am selben Stand, am selben Tag. Und Gott sei Dank Vorstück hier und Sascha, weil die hätten den wahrscheinlich auch mitgenommen. Den hätten sie garantiert mitgenommen, weil es ist eine... Den haben sie ja schon. Wenn sie nicht haben, hätten sie mitgenommen. Eine britische Zombie-Komödie. Ja, und ich habe mal den Trailer gesehen und dachte mir so, oh, verdammt, das sieht echt gut aus. Und zwar... Dieses Jahr geben die Untoten den Löffel ab. Er ist schon geil. Cockneys vs. Zombies. Und das ist wirklich geil. Da geht es irgendwie auch teilweise um so ein Altersheim. Und dann kommen da die Zombies. Und dann müssen sich die Rentner gehen, die Zombies wehren und so. Und das sah echt lustig aus im Trailer. Und ich bin echt mal gespannt. Oh, den habe ich gestern gar nicht eingetragen. Fällt mir gerade mal auf. Verdammt. Hab ich verpasst? Und den auch nicht. Den auch nicht. Ah, da sitzt du eine Stunde am Laptop und trägst du dir elbcdapfel ein. Aber ey, für drei Euro noch relativ neu, wage ich zu behaupten. Also es ist, glaube ich, noch nicht so lange draußen. Aber ey, für drei Euro nicht auch genau eingepackt. Aber scheiß drauf, ich wollte den haben. Scouts vs. Zombies, was jetzt, glaube ich, Upgrade draußen ist, muss ich mir auch noch unbedingt holen. Und den werde ich auch recht bald gucken, weil ich da echt oft drauf hab. Ich stehe so auf so, hier, Shaun of the Dead. Ja, so Zombie-Komodien. Fertig gut. Hast du auch erstmal die Erlaubnis, es alleine zu tun? Echt? Willst du nicht mehr gucken? Erstmal nicht unbedingt, nein. Also wir haben so viele geile Filme, der gehört jetzt nicht unbedingt ganz oben auf der Liste bei mir. Der ist schon eher, den du da jetzt hältst. Aber ich mach trotzdem erstmal weiter. Wenn ich darf. Zombie-Land wäre noch so ein Zombie-Film, der sehr gut war. Ich bin jetzt auch bei der Milimax-Krabbelkiste, die du ja schon abgearbeitet hast. Und hab meinen ersten Film hier in dem Stapel gefunden. Der lag da nicht ganz so billig rum, wie du deine da drin hattest. Aber es ist ja immer noch ein gutes Angebot, weil der noch sehr neu ist. Und ein guter, also ein hochwertigerer Film. Ein hochwertigerer Film ist, der allerdings, glaube ich, auch nicht so die besten Kritiken bekommen hat. Ist der zweite Teil eines Filmes, den Kate White rausgebracht hat, um mal wieder diesen Namen zu nennen. Und zwar Monsters Dark Continent. Für 6 Euro. Auch ein sehr guter Preis. 5 Euro waren das doch. 5? Ich glaube 5. 6 oder 5 Euro. War auf jeden Fall, also meine Grenze ist immer so neu. Bei neu ist immer so 6,90. Ich sag jetzt mal so 7 Euro halt. Kommt drauf an, was das für ein Film ist. Und er war auf jeden Fall voll da drin. Und deswegen habe ich den auch mitgenommen. Keine Ahnung, ob der gut ist. Der erste war auf jeden Fall richtig gut. Für mich so einer von den ganzen Highlights. Von den Filmen, wo man, den man sonst vielleicht gar nicht gekauft hätte. Du hast den ja jetzt schon. Deswegen musste ich den ja gar nicht groß kaufen. Auch wenn ich es getan habe. Auf jeden Fall hat er mich sehr überrascht. Im Positiven. Und ich hoffe, der tut es auch. Also ich meine, der erste hat mich sehr überrascht. Und ich hoffe, der tut es auch. Und ich finde, ich ziehe da hin. Na komm. Und mal gucken. Es geht ja wahrscheinlich auch wieder um die gleichen Aliens wie im ersten Teil. Es ist wahrscheinlich einfach nur eine Fortführung der Geschichte. Oder vielleicht andere Personen. Wahrscheinlich nicht in dem Moment noch. Ich weiß ja, ob es ein bisschen früher oder ein bisschen später spielen wird. So viel Information habe ich noch nicht. Aber es war klar. Muss gekauft werden, weil zweiter Teil. Und der erste war einfach zu gut, als dass man den zweiten ignorieren könnte. Ja. Apropos. Zombie-Komödie ist auch ein Update von einer DVD. Auch für irgendwie 2, 3 Euro gefunden. Und dann dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf, nimmst du mit. Kannst du abgraden. Geiles gezeichnetes Cover in meinen Augen. Also ich finde es richtig geil. Allein nochmal gezeichnete Cover einfach schön sind. A little bit zombie. Und der läuft demnächst auf Tele 5, falls den jemanden gucken will. Ich glaube nächste Woche oder so. Und da habe ich dann nochmal, da habe ich glaube ich das erste Mal bewusst einen Trailer gesehen. Ich glaube ich habe schon mal einen gesehen, aber dann habe ich mich verdrängt. Und ja. Das sieht sehr lustig aus. Ich freue mich auch auf diesen Film schon. Den hast du es ja ein paar Mal vorschlagen zu gucken. Also wenn er genauso gut ist wie Grabbers, was ich übrigens hätte auch upgraden können, was ich ihn nicht getan habe, weil Grabbers ist wirklich geil. Was ist das mit denen? Das mit diesen Aliens und du musst besoffen sein, damit die dich nicht essen oder so. Das war so gut ey. Wie die sich da besoffen haben, damit die Aliens sie nicht angreifen. Der war glaube ich auch in der Minimax-Grabbelkiste, ne? Kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch nicht Minimax. Das ist so einer von diesen Filmen, wo ich wirklich am Zweifel bin, wo ich den eigentlich gekauft habe. Vielleicht war es auch Saturn. Ne. Es war auf jeden Fall billig. Und ich weiß, ich habe den in der Hand gehalten und dachte so, hm, haben wir den jetzt eigentlich schon? Wir hatten den uns schon angeguckt. Ausgeliehen von LoveFilm. Ne. Bibliothek. Ach, Bibliothek. Der war aus der Bibliothek. Ja, Entschuldigung. Auf jeden Fall. Hä? Sind wir bald neu wieder hin. Ich glaube unser... Nein, das läuft noch. Nein. Okay. Ähm. Auf jeden Fall war das ein richtig geiler Film und irgendwie habe ich immer gedacht, den haben wir schon. Aber irgendwie dann doch nicht. Und dann habe ich das halt ausgenutzt und den gleich mitgenommen für... Ich glaube 6 Euro maximal, ne? Ich bin teurer, aber war er nicht. Und zwar Now You See Me Die Unfassbaren. Und dann mit... Gerade jetzt zwei Details raus. Genau. Mit Schnuckiputz, Mark Raffeneau. Mein Ausschlaggebender Punkt und Grund, überhaupt diesen Film damals geguckt zu haben. Aber auch mit ganz vielen anderen guten Schauspielern. Und an zweiter Stelle würde ich da auch gleich mal morgen viel mehr nennen. Dann Woody Harrison und natürlich Jesse Eisenberg. Michael Caine. Michael Caine muss man sogar nennen. Ähm, ja. Und hier Dingenskirchen, die Olle da. Sehr guter Film. So ein... Wo ist sie denn? Jetzt zeig doch mal hier den Namen. Ne, Melanie Isla Fischer, genau. Und Melanie Laurent aus, äh, hier, ein Glorious Bastards. Naja, auf jeden Fall so Ocean's Eleven Style. Mit Zauberer. Mit Zauberer. Aber wirklich gut. Sehr gut gemacht. Der zweite ist ja ganz schön gefloppt irgendwie. Muss man abwarten. Also, der war echt gut. Und das Ende war schon sehr, okay, geil. Ähm, und ja. Hab ich Dave Franco schon genannt? Ja. Ja. Gut. Also, definitiv... So ist der Bruder von... John Franco? Ne. War John der richtige Vorname? Ne. Wie hieß denn das? James. James. Naja. Naja, irgendwas mit J. Ähm... Joachim Franco. Joachim Franco. Ne. Definitive Empfehlung von uns. Ja. Mindestens gucken. Kaufen ist immer so eine wehre Sache. Also gucken kann man auf jeden Fall im zweiten Teil spielen jetzt auch ein Zauberer mit. Guck ich noch? Cool. Ne? Hier. Copperfield? Was nochmal? Zimmer. Jetzt echt? Ja. So was dann gekauft. Ach komm, wir können es ja sagen, ist ja kein Geheimnis. Daniel Radcliffe. Wahnsinn. Geil. So was dann gekauft. Ja, auch für 3 Euro mitgenommen. Und eine 3D Blu-ray mit der 2D Fassung auf dem Flohmarkt gefunden. Äh... Irgendwie wollte ich immer schon haben. Hab den mir aber nie auf die Liste gesetzt. Und irgendwie auch vergessen, dass es den gibt. Ähm... Ein Film von Takashi Shimizu. Und zwar Schocklabyrinth 3D. Äh... Ich glaub der erste japanische Horrorfilm in 3D geht irgendwie so... Ja... Ich weiß nicht. Irgendwie so ein Schocklabyrinth. Also halt so ein... So ein... Und so ein Labyrinth und verrückter Scheiß halt. Asiatisch. Mit 3D Brillen sogar. Und auch der 2D-Fasser. Hier noch die alten 3D Brillen. Und der 2D-Fassung auch inklusiver. Also man muss ja nicht in 3D gucken. Ähm... Dies ist ein quasi doppeltes Upgrade. Also... Weil... Ich hab den Film der Zeit... Ist doch kein Stereo. Ich hab... Nein, ich mein jetzt... Ich hab den Film der Zeit nur als VHS. Ja gut, du hast die DVD übersprungen. Ich hab die DVD übersprungen. Also es ist ein doppeltes Upgrade quasi. Also... Ähm... Ich weiß gar nicht, wo die VHS ist. Ist irgendwo im Keller. In der Kiste, glaube ich. Aber ich weiß, ich hab da nur die VHS gehabt. Äh... Aus meiner Zeit, wo ich George Clooney noch angehimmelt habe... Tue ich ja immer noch so ein bisschen. Aber äh... Damals war es ein bisschen intensiver, würde ich behaupten. Weil ich war noch klein. Also ich meine, jung. Ich war noch... Ich war noch in dem Alter, wo man Poster an die Wand hängt. Von seinen... Also Bravo-Poster. Von seinen Leuten. Von George. Und da war George Clooney, glaube ich, nicht dabei. Weil ich hatte keinen Bravo-Poster. Aber... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte keinen Bravo-Poster von ihm an der Wand. Aber ähm... Auf jeden Fall habe ich mir nahezu jeden Film angeguckt, den ich finden konnte. Das war jetzt damals nicht so einfach, wie dieses heutzutage ist. Aber wenn mein Vater mal in der Stimmung war, mir einen Film von George Clooney auszuleihen, dann konnte ich auch einen sehen. So nach dem Motto. Und der gehört dazu. Fand ich damals als Kind... Okay. Also er hat mich jetzt nicht so weggehauen. Aber doch hat er mich so gut gehalten, dass es die VHS noch haben wollte. Das war nicht der Beste sozusagen. Aber... Ein guter. Out of sight. Mit einem sehr komischen... Also für mich hat... Diese Stimmung hat mich als Kind irgendwie... So nicht ganz mitgerissen. Also es ist ja doch ein sehr merkwürdiger Filmaufbau. Die springen teilweise ja hin und her. Und ich habe als Kind nicht gleich... Aber beim ersten Mal habe ich nicht unbedingt gerafft, was ich da jetzt gerade sehe. Also ich musste den Film zweimal gucken, um überhaupt erst zu erkennen, dass er mir gefällt. Weil beim ersten Mal war das so... Was ist denn das? Eben war er noch im Gefängnis. Jetzt ist er draußen. Hä? Jetzt ist er schon wieder... Was? Also sie springen da so ein bisschen hin und her. Und da muss man ganz schön aufpassen. Teilweise ist es nicht immer so einfach. Alter, da tut ja weh. Was denn? Der Tippfehler. In All of Sight von Steven... Aber so heißt er richtig. Alter, da tut ja weh. Könnt ihr es lesen? Da tut ja weh, Alter. Von Steven Soderberg. Der auch Ocean's Eleven gemacht hat. Ja. Und das erklärt auch, warum George Clooney in Ocean's Eleven am Anfang aus dem Gefängnis rauskommt. Und zwar aus welchem Gefängnis? Aus dem, in dem er da drinne ist. Naja, nicht drinne ist, aber... Naja, man möchte jetzt auch nicht so viel über... Ich sag mal, so der Film ist 20 Jahre alt. Also ganz ehrlich, jetzt sollte man wissen, dass er am Ende in den Knast geht. Hast du dir ein Ende des Ende gespoilert? Er ist Bankräuber. Ganz ehrlich, wo endet ein Bankräuber, der mit einer Polizistin... Der könnte auch eine Schuss werden am Ende. Das ist eine Komödie. Das ist keine Komödie. So, apropos George Clooney. Wir haben auch einen seiner besten Filme in meinen Augen. Der hat mich damals echt weggehauen, als ich den gesehen habe. Und es hat ewig gedauert, bis ich mir den gekauft habe. Weil der war nie billig. Immer wenn ich danach geguckt habe, hat der über 10 Euro gekostet. Und das wollte ich nicht für diesen... Also 15 Euro oder so. Ah, nee. Bei aller Liebe nicht, auch wenn der Film mega geil ist. Und zwar George Clooney und Vera Farmiga in einem Jason Reitman Film. Und zwar Up in the Air. Also wer den Film noch nicht geguckt hat, richtig geil. George Clooney ist ein Angestellter bei einer Firma, der Leute entlässt. Es gibt tatsächlich in Amerika Leute, die engagiert werden, um andere Leute zu feuern. Und das macht George Clooney. Er ist quasi derjenige, der die Leute rausschmeißt. Und fliegt dafür halt immer im ganzen Land rum. Hat auch schon, keine Ahnung, er hat schon irgendwie... Es gibt so Vielfliegermeilen-Karten. Und er hat die höchste, die es gibt quasi. Weil er so viele Vielfliegermeilen hat. Also der kommt in jedes Flugzeug gratis rein. Quasi immer den besten Sitzplatz. Der kennt jedes Stewart, das quasi auswendig mit Namen und den Familiengeschichten gefüllt. Und ihm wird halt eine junge Kollegin zur Seite gestellt, weil er auch nicht mehr der Jüngste ist. Und er soll die halt einarbeiten. Und er trifft dann halt Vera Farmiga auf einem dieser Flüge und verliebt sich in sie. Aber dann trennen sich die Wege und dann sucht er sie halt und ach, Herzschmerz und all sowas. Aber richtig geil, allein wirklich dieses Ding, Alter. Wie knallhart er da Leute feuert. Also er sagt nie, dass sie sind gefeuert. Sondern er hat dafür immer so Begriffe. Und es ist so komisch, irgendwie dem dabei zuzusehen, wie der Leute feuert. Aber trotzdem ein richtig geiler Film. Muss ich sagen. In meinen Augen einer der besten George Clooney-Filme, die ich kenne. Ja, ich habe ihn noch nie komplett gesehen. Ich muss ihn noch mal einmal komplett sehen. Ich habe hier und dort mal, aber mir fehlt da noch zu viel, um das zu behaupten. Ich mache stattdessen weiter mit einer Serie, wo es, glaube ich, bisher auch nur die erste Staffel gibt. Ich habe, glaube ich, beim Eintragen zumindest keine zweite gefunden. Ich glaube, es gibt sie schon, aber noch nicht zu kaufen, oder? Ja, Kategorie, Jean Reno, Kategorie war billig. Deswegen mitnehmen. Oder noch mal, erste Frage. Jean Reno ist sowieso immer ein Grund. The Cop, Crime, Scene, Paris. Halt ich es rein? Ja, jetzt hält ich es richtig rein. Ich habe gerade mich darauf konzentriert, das vorzulesen. Ja, Jean Reno in einer Sat.1 Fernsehserie. Yay. Ich weiß, wir waren mal kurz davor, diese Serie zu gewinnen. Bei einem Gewinnspiel. War ich? Aber es hat vorher, glaube ich, jemand diese Serie vor uns gepickt. Also es war so dieses, wer als erstes, also wer Platz 1 hat, hat die Vorrecht und Platz 2 und wir waren, glaube ich, Platz 3 und haben dann quasi nur das genommen, was da noch übrig blieb. Ja, wir waren kurz davor, dass man zu gewinnen. Das war bei DVD, nicht Blu-ray. Und seitdem habe ich diese Serie so ein bisschen auf dem Schirm, weil ich damals halt dachte, was ist das denn? Und dann habe ich halt so geguckt, okay, Jean Reno in Serie, Krimi, Krimi-Serie ist immer gut. Paris, ja, meine Güte. Vermerkst du mal, falls du es billig findest. Und für 98, die Blu-ray-Serie, meine Güte, da sagt man noch nicht nein. Da greife ich zu. Das war übrigens auch der erste Tag, wo ich das gekauft habe. Im Saturn, in Krimi. Und ich glaube, da liegen die auch immer noch für 8,90 Euro rum. Also, jetzt ist sein Kopf weg. Also wir sind auf dem Display. Ich glaube, ich klicke das mal hier runter. So, besser. Auch für 3 Euro auf dem Flohmarkt, auch ein Update. Und zwar ganz. Upgrade. Upgrade, Entschuldigung. Das war auch ganz mein Gewicht. Der lag da mehrmals rum. In verschiedenen Auflagen. Von außen gesehen. Ich halte mal rein. All the Boys, Love, Mandy Lane. Jetzt auch auf Blu-ray bei uns zu Hause. Kann die DVD raus. Einer der geilsten Horrorfilme der letzten 20 Jahre in meinen Augen. Viele finden den scheiße. Ich finde den mega geil. Ich fand den auch gut. Kommen wir zum Unterschied. Ich habe hier einen Aufdruck. Das Highlight vom Fantasy Filmfest. Und kein FSK 18 Flatschen. Steffi und Saskia, die den Film auch gekauft haben. Übrigens beide Original eingeschweißen. Der lag auch nochmal ein drittes Mal drin. Haben hier ein FSK Flatschen. Ich habe das hinten. Wir haben beide kein Wende-Cover. Dafür dieses Inlay. Also bei uns waren beide Versionen mit drin. Dafür haben sie aber gleich diesen Aufdruck nicht. Das haben sie nicht. Sie haben dafür hier diesen Flatschen. Also dieser Aufdruck hier. Der ist bei ihnen wiederum nicht drauf. Aber ich dachte mir so. Ey, naja. Gott sei Dank. Du hast den ohne Flatschen. Das finde ich ja noch okay. Damit kann ich leben. Aber mit dem Flatschen könnte ich nicht leben. Verdirbt das Bild nur so ein bisschen. Und ganz ehrlich. Wenn man einen guten Teenie-Slasher. Einen intelligenten Teenie-Slasher sehen will. Macht mit dem auf keinen Fall was verkehrt. Nee, der ist wirklich gut. Der kommt so an Scream. Alleine Ember Hurt. Ist glaube ich so ihre erste große Rolle gewesen. Wo man Ember Hurt so mitbekommen hat. Und danach ist sie ja völlig durch die Decke gegangen. Und da muss man echt sagen. A good one. Jo. Ich habe noch eine Serie für 8,90 Euro. Ich lag auch da am Saturn rum. Am ersten Tag. Da habe ich es noch liegen gelassen. Weil ich mir dachte. Na ja. Wer weiß was jetzt in der nächsten Woche noch alles hier so kommt. In Berlin. Ist jetzt nichts. Was jetzt ganz dringend. Also was ja auch nicht auf meiner Liste stand. Du meintest ja. Oh ja. Die sollen gut sein. Ich habe sie zumindest teilweise mal gesehen. Du hast ja auch teilweise schon gesehen. Du hast es angefixt. Wolltest du aber selber nicht kaufen. Auf jeden Fall war man dann irgendwann nochmal. Vielleicht kaufte es ja noch mal. Und liegt ja Köpenick bei uns eh immer auf dem Weg. Wenn wir zum Alex fahren. Und da sind wir dann nochmal ran auf dem Heimweg. Und dann habe ich sie. Und ich habe am ersten Tag aber irgendwann Mitte der ersten Woche gekauft. Und zwar die erste und zweite Staffel von King. Also die komplette Serie im Prinzip. Es gibt ja nur zwei Staffeln. Genau. Und zwar ja auch so eine Krimiserie. Diesmal aber von Vox und nicht so von Sat1. Beziehungsweise die wird auf Vox ausgestrahlt. Ich glaube Vox hat jetzt die Serie glaube ich nicht in Auftrag gegeben. Ne aber die haben die auf jeden Fall ausgestrahlt. Ja genau. Ja auch so wie gesagt Krimi. Style mäßig. Sieht ein bisschen wie Kessel aus. Ja er ist anders. Weil sie ist halt der Boss. Und er ist ja auch Kopf. Aber sie ist halt so eine knallharte. Also wird Closer als Füßen ja. Ja auch anders. Sie ist schon tough. Aber sie ist nicht so. Aber wahrscheinlich geht es los. Keira Cedric war ja dann doch immer noch so ein bisschen pussyhaft. Ja. Pussyhaft klingt ja auch komisch wenn wir in den Vorreden. Aber die war ja doch nicht. Die war ja nicht so. Die war zwar im Verhör und knallhart. Achso ja. Vorher zu sagen. Aber so wenn es mal irgendwie zu Hause war sie doch Frau. Bei ihrem Mann. Ach sie nicht? Sie ist glaube ich wirklich einfach nur tough. Okay. Also ich kann mich jetzt an keine Szene erinnern. Wo die zu Hause rumrennt. Oh mein Gott mein Essen brennt an. Also vom Krimi Style mäßigen kann man wahrscheinlich das mit Kessel und Closer kombinieren. Ja geht in der jährliche Richtung. Mann und Frau. Ich weiß nicht wer das ist. Also ich kenne die Schauspielerin nicht. Aber Amy Price Francis. Also ich weiß auch nicht was die sonst so gemacht hat. Aber ich fand das was ich gesehen habe fand ich echt gut. Muss ich sagen. Also es war unterhaltsam. So und kommen wir zu einem weiteren Flohmarktfilm für drei Euro. Und es ist eigentlich eine Schande dass ich ihn noch nicht hatte. Weil der einfach mega geil ist. Das ist einer der besten Komödien die ich jemals gesehen habe. Ähm. Du glaube ich noch nicht. Zeig mal lustig. Okay noch nicht. Ähm. Richtig lustig. Und zwar Tomcats. Mit Jerry O'Connell. Jake Busy. Shannon Elizabeth. Ähm. Hier. Elissa Milano spielt auch noch mit. Ja. Ähm. Ja. Jerry O'Connell hat Spielschulden. Muss innerhalb von ein paar Tagen so und so viel tausende Donner auftreiben. Ansonsten. Und er hat mit seinen Freunden die Wette laufen. Wer als letzter heiratet der kriegt einen riesen Haufen Kohle. Also versucht er natürlich jetzt seine Freunde. Ich glaube es gibt noch zwei die übrig sind. Er und ein anderer. Versucht er den anderen krampfhaft unter die Haube zu kriegen. Problem daran ist der Typ ist der Noto. Der. Der schlimmste Typ den du dir vorstellen kannst. Und der. Der liebt es Single zu sein. Aber der hat irgendwie eine Frau nach der anderen und so. Und den soll er ja wieder jetzt zum heiraten dringen. Richtig geil. Also wirklich da sind Szenen mit bei. Ach herrlich. Muss ich bald mal gucken ey. Das ist das ist. Würde ich auch mitgucken. Ganz ehrlich. Du bepisst dich wirklich die Hälfte der Zeit nur vor Lachen. Also ich zumindest. Ich finde den echt gut. Gibt bestimmt auch Filme die Leute die finden die scheiße. Aber ich finde den gut. Ich würde den wie gesagt mitgucken musst du. Also nicht unbedingt alleine gucken. Ich würde sagen wir fangen mal an zu Müller. Wir hatten ja irgendwie erwähnt dass wir was bei uns ganz oft Müllerte. Ich glaube aber reingehalten haben wir bisher noch bei 1 von Müller. Ja ganz oft gar nicht ne. Ich habe nur 4 Filme hier. 5. Ey wir waren oft in Müller aber haben nicht so viel gekauft. Wir haben eine 4 für 3 Aktion. Eine 5 für 20. Und eine 5 für 20 und dann nochmal 2 einzelne. Echt? Ja das gehört der hier. 10% ja ich hatte aber auch eine. Ich überlege gerade welche. Soll ich schon mal anfangen? Ich glaube es war ein Styro. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es war das untere Styro hier. Kann das sein? Oder das hier? Ne das war das genau. Genau. Ich fange an weil ich schon den Film halte. Und zwar ein Disney Film und ein ganz besonderer Disney Film weil ich habe den geschenkt bekommen. Weil du hattest 3 Filme ich hatte nur einen Film und du hast gesagt ich schenke ich den. Denke ich ihm nochmal. Und zwar ein Film den ich auch eigentlich schon auf DVD habe. Das Schlimme ist der ist leider auf DVD erst da aber nicht auf Blu-Ray. Genau. Und dann sind wir extra nochmal hingefahren weil es dann hieß wir kriegen nochmal Ware. Genau. Um den dann vielleicht nochmal auf Blu-Ray zu finden. Ja weil Disney Filme für 7,50 Euro so kriege ich schon. Und das Schlimme ist da lag auch einer rum der war bis vor unserem Urlaub auch in dieser Aktion. Ja Pocahontas kann man ja sagen haben wenn ich ihn nicht brauche. Aber den haben wir dann Gott sei Dank noch abgekommen. Und zwar Aladin. Mein ich würde sagen einfach mal so spontan zweitliebster Disney Film. Oder den Zeichentrick Film. Dein zweitliebster? Ja Entschuldigung es bleibt immer noch Schön und das Biest. Auch wenn du mir den jetzt geschenkt hast. Aber Schön und das Biest würde ich immer noch drüber stellen. Den habe ich ein paar mal öfters geguckt als Aladin. Aber ich würde sagen das ist mein zweitliebster und danach kommt dann Ariel. Das sind die Filme die ich halt als Kind gesehen habe. Ich kannte die anderen teilweise nicht. Man wächst ja auch nur mit bestimmten Filmen auf. Meine Eltern hatten zumindest nicht so viel Geld mir alle Disney Filme zu kaufen. Beziehungsweise haben wir sie auch sonst nicht groß gesehen. Im Fernsehen laufen sie ja sonst gar nicht so oft. Disney Filme im Fernsehen. Nur auf dem Disney Channel. Ja aber damals gab es keine Disney Channel. Also da war es eine Seltenheit dass man Filme lief. Auf jeden Fall Aladin endlich auf Blu-ray hatte ich vorher als DVD. Wer dich trotzdem behalten will. Ich weiß auch nicht. Ich kann Disney Filme irgendwie nur schlecht verkaufen. Und an sich. Ja Gott sei Dank. Also sag mal so. Ach ich muss so eintragen. Sag mal so. Und Disney Filme den du auf DVD nicht schlecht verkaufen könntest. König der Löwen. Ja. Wenn du ihn hättest. Hast den. Haben wir. Nicht auf DVD. Achso der hat Blu-ray stand. Können wir auch gut verkaufen. Können wir auch gut verkaufen. Aber dann sag ich sehr schön jetzt haben wir den auch. Blu-ray. Ja und wir brauchten ja noch drei andere. Ich denke das fiel uns nicht schwer. Genau da gab es genug. Die Säcke ey. Jungen das ich dir gerade unterbreche. Aber wir haben ja diese 10% Rossmann Gutscheine. Und eigentlich war es bisher immer so. Dass diese 10% Rossmann Gutscheine auch auf diese 4 für 3 Aktionen angerechnet werden. Oder 5 für 20. Das war bisher eigentlich immer so. Nun haben wir uns gedacht. Okay also ich bin ja so wie gesagt. Über 7 Euro ist für mich eigentlich immer etwas zu teuer. Disney ist jetzt eine Ausnahme. Hätte ich auch für mehr als 7 Euro gekauft. Aber mit diesem 10% Gutschein wäre das halt. Ich glaube ich knapp unter 7 Euro auf jeden Fall gekommen. Und da wollte ich und du ja auch. Also wir beide wollten eigentlich jeweils eine 4 für 3 Aktion. Also insgesamt 8 Filme sozusagen. Und wir gehen halt auch so schön glücklich an die Kasse. Und dann scannt sie alles ein. Und dann macht's bieb. Und der Preis ändert sich nicht. Das spielt der gleiche Preis. Und wir gucken schon so. Und auch die Verkäuferin guckt so. Weil die kann ja das genauso. So hat er nicht angenommen. Dann muss ich jetzt nochmal anders machen. Also standen wir da irgendwie 10-20 Minuten an dieser Kasse. Sie hat versucht andersrum einzuscannen. Gegen nicht. Hat sie telefoniert. Und beim dritten Anrufen oder so hat sie dann nicht erfahren. Nee geht nicht mehr. Also fand ich sehr enttäuschend. Wir haben natürlich dann auch im Prinzip alles liegen gelassen. Erstmal. Bis wir dann nochmal wieder gekommen sind. Und alle Dinge gekauft haben. Mit deinen Filmen, die du jetzt reinhältst. Ja. Und zwar einen deutschen Film. Kauft man sich ja eher seltener. Aber klang ganz interessant. Und zwar Boy 7 mit David Kroos. Der irgendwie in der U-Bahn aufwacht. Und nicht weiß wer er ist. Dann findet er ein Fahndungsplakat von sich. Und merkt so. Oh oh. Irgendwas stimmt hier. Ich weiß nicht gerade richtig. Genial finde ich mir gerade erst mal aufgefallen. Die haben auf der Disc das O quasi in den hier. In die Handlung eingebaut. Sodass da trotzdem Boy 7 steht. Ja. Ein schicker Orange war in der Hülle. Gibt es auch schon anders. Und ja gut. Die Hülle ist jetzt eigentlich völlig hinweg. Aber wenn ich sie in Orange haben kann, dann will sie auch in Orange haben. Du wolltest sie auch in Orange haben. Ja. Ganz ehrlich. Wenn ich eine Black Edition in Schwarz finde. Oder eine Black Edition in Blau. Dann nehme ich natürlich die in Schwarz. Weil alle Black Editions in Schwarz sind. Ich würde gar keinen Blau nehmen. Ja. Das kommt auch neu hinzu. Und dann einen relativ neuen Film. Da habe ich in der X-Rated von gelesen. Eines der wenigen Hefte, die ich wirklich komplett durchgelesen habe. Jeden Artikel. Und das klang ganz gut. Das ist ein Found-Footage-Film. Und dann dachte ich mir so, Scheiße, den musste ich haben. Und das Problem ist, im ersten Müller, als wir da waren, haben wir den Steffi und das hier weggeschnuppt. Weil der einmal auf Blueair rumlag und ich habe es nicht gesehen. Deswegen war er Gott sei Dank auch nochmal im Zweiten. Und jetzt konnte ich ihn auch nehmen. Und zwar Jerusalem. Das Tor zur Hölle wird in Jerusalem geöffnet und dann kommen wir uns daraus. Ist so Found-Footage-Style. Kritiken sind eigentlich ziemlich schlecht. So übergreifend sind die nicht so gut. Bei der FDB war er wieder besser bewertet und ich sage mal, so was in der X-Rated stand. Hat Tom den nicht ganz gut bewertet? Das weiß ich nicht, ob der den schon bewertet hat. Weiß ich auch nicht. Aber ich bin angefixt. Die X-Rated hat auch gesagt, der hat seine Schwächen. Aber überwiegend waren sie doch sehr positiv. Und dann kommen wir zum eigentlichen Grund, das Ganze zu Gott machen. Weil auf diesen Film wollte ich nicht länger warten. Und ich weiß, das wird lange dauern, bis er billig wird. Außer jetzt, im zweiten Jahr gekauft. Weil es ist halt ein kleines Label, was er herausgebracht hat. Das ist, glaube ich, deren erster Film. Zum einen noch nie, was von diesem Label gehört. Und zwar vom Weltkino. Und es ist der Film, über den jeder in letzter Zeit gesprochen hat. Und zwar der beste Horrorfilm des Jahres, sagt die Deadline. Und zwar It Follows. Ich habe viel vom Film gehört. Nicht worum es geht, sondern nur der geilste Horrorfilm in den letzten zehn Jahren. Und hier und da. Und pipapo. Und jetzt können wir uns endlich mal selber davon sagen. Ich habe schon ein Bild gesehen. Das sah schon... Oh ja. Oh ja. Oh, ich sehe gerade. 52 Minuten. Ach, wir sind da müssen. Wir haben ein bisschen überzogen hier. Wir machen mal eine Pause, oder? Eine kleine Pause. Eine Pause. Ja, ja. Du, das hier ist ja auch zum Beispiel Spiel und so. Also, passt schon. Muss den trotzdem mal anwenden. Ja, ich weiß. Deswegen, freut euch schon. Es wird, wie gesagt, wahrscheinlich dann einen vierten Merch-Teil geben. Vielleicht gibt es dann auch nur ein, zwei Filme da drin. Mal schauen. Aber im Wesentlichen wird es da wahrscheinlich Merch geben, weil wir haben so viel filmbezogenes, teilweise filmbezogenes Zeugs dabei und teilweise halt einfach nur andere Bücher. Ich glaube, wir machen einfach mal ausnahmsweise einen kürzeren vierten Teil. Aber vorher gibt es dann auch den dritten Teil. Also freut euch in ein, zwei Tagen wieder wahrscheinlich drei oder so. Und der Ralf hat angerufen vor elf Minuten. Ja, ja. Vielleicht telefonieren wir noch mal kurz mit Ralf, bevor wir weitermachen. Vielleicht auch nicht. Ralf wirst es nicht erfahren. Es sei denn, wie Sie sagen, dass die ja jetzt gleich am Telefon nachher gleich oder so. Ja, wenn wir noch Verlösung rufen wollen. Genau. Also, habt euch wohl. Bleibt dran, wie auch immer. Und King? Ja, guck King. Ich fand das echt gut. Warum auch immer. Guckt Alladin. Alladin. Oder Jerusalem und in Follows. Ja, kauft euch die alle vornehmen. Ja, bis dann.